einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft wasteland heute mit fast der kompletten stadt und zwar sind dabei die christina hallo der babis 321 ist beendet und ich haben wir noch irgendwo bronzer leute leute kommt man ja kommt mal her erst mal richtig ankommen kommt mal her kommt guck dir guck dir ich hab Angst vor bubbles ok leute wir haben eine mission wir haben eine mission wieder alter endlich hat jemand die überleitung kapiert ist natürlich diese wunderbare wochenaufgabe bei der ich schon bock aussehen umgebracht habe ja was geht denn hier ab und bevor wir jetzt ja weitermachen ich habe jetzt hier 15 bronze wenn ich jetzt nehme ist meine pickaxe nur halb heile präpariert also meine pickaxe ist oder rot rot ja 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 ist doch gar nicht so jetzt ist er raus bei mir hat er so du musst das einzeln machen ah ok dann zählt er das richtig ab okay alles klar oder hat er das nur einzeln dann angezeigt das ist ja echt komisch dieses blubber was ist das Was hängen hier für kleine Kloster und Stückchen an der Decken? Das übrigens, Leute, ist mein Hammer, den hat die Christina gemacht. Was ist das? Licht! Nicht abmachen, nicht, nicht! Bubbles! Er macht es dunkel. Bubbles! Hier ist alles rot. Hä? Ja, hier ist noch ein rotes Kreuz und da vorne ist noch rot. Ach so. Zentimeter, warte. Oh Gott, Bubbles. Die Frauen rechnen mit den Kreuzen. Bubbles, kriege ich mal das Licht. Brauchen wir eine Rüstung oder was? Also ich und Bob haben uns letztes Mal eine Rüstung gemacht. Ich weiß nicht, vom ersten Teil, da sollten wir eine Rüstung haben. Also ich habe nichts. Aber ich glaube, dass danach nichts Schlimmes mehr kommt und ich und Christina können ja vorgehen. Okay, dann nehme ich mir jetzt ganz kackendreist mal ein bisschen Eisen. Passt ja auf mich auch. Wir wenigstens ein Schwert. Bubbles, hast du ein Schwert? Ach so, ein Schwert bräuchte ich vielleicht noch, ne? Ich habe einen Stein. Hier ist noch eins. Hoho! Warte, wie machen wir so die coolen PVP-Minecraft-Spieler? Steinschwert auf die 1? Ich habe noch eine Roselle mit Protection. Ja. Nice, warte mal. Kann ich mir ja noch... Bubbles? Höschen an. Hier, Höschen an. Oh, okay. Warte, wenn es so ein Lederhöschen ist. Also, darf ich das Buch rausnehmen? Ähm, haben wir überhaupt gesagt, was abgeht? Welches Buch? Wo bist du überhaupt? Vorne. Ich finde auch gar nicht... Theoretisch müsste hier vorne ein Buch mit der Wochenaufgabe sein. Ich weiß es aber nicht. Ich bin noch gar nicht fertig hier. Mann, bleib doch mal ruhig. Was ist denn los mit dir? Wir haben uns 20 Minuten und ich will dich mittendrin in der Aufgabe ausloggen. Boah, das wäre lustig. Nein. Dann machen wir das nächste Mal etwas kürzer. Dann ist das kein Thema. Da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin. So, Scheiß auf Schuhe brauchen wir nicht. So, ihr seid wo? Da. Essen, Leute. Essen mitnehmen. Christina? Ja? Guck dir mal das Buch an. Äh. Die haben so tolle Anweisungen reingeschrieben. Äh. Und jetzt hast du die Koordinaten noch? Ja, ich habe die Koordinaten. Also, Leute. Es geht um Folgendes. Warte, ich bin an Oli. Sieh dir das mal an. Nein. Es geht nämlich um Folgendes. Die haben im Buch nur den YouTube-Link reingeschrieben von dem Aufgabenvideo, was wir bekommen haben. Bei mir war es schon zu sehen im ersten Versuch mit Bob. Es geht um Folgendes. Sollen wir schon mal da hinlaufen? Genau. Bubbles. Bubbles, wo bist du? Ähm. Es gibt da, ich bin irgendwo rumgehüpft und auf einmal, ach da, bleib stehen. Hier bin ich. Du bist am Spawn. Wo denn? Hier in der Truhe oder wo war das drin? Äh, vorne beim schwarzen Brett. Bei dem Dropper. Ja. Bei dem, ah, alles klar. Soll ich das da wieder reinpacken? Ja, mach mal. Ähm, okay. Die Anweisungen waren mir gefolgt. Ihr seid am Spawn, ja? Ja. Uns wurde eine Aufgabe zuteil. Und zwar sollen wir etwas untersuchen. Dann lauf schon mal hin. Ähm, ja, ich muss gerade gucken, welche Richtung das war. War das die hier? Ja, diese war das hier. Ich werde bei mir das Video reinschneiden mit den Anweisungen. Genau. Anweisungen. Guten Tag. Wie ich den Aufnahmen meiner Drohnen entnehmen konnte, haben es alle drei. Teams mehr oder weniger erfolgreich geschafft, ein Basiscap aufzuschlagen. Dann sollten Sie mittlerweile hoffentlich in der Lage sein, die ein oder andere Geländeerkundung durchzuführen. Denn schließlich bezahle ich Sie nicht dafür, dort campen zu gehen. Meine Drohnen haben beim Überfliegen des Gebiets eine einzelne Struktur außerhalb der Stadt entdeckt. Den Messwerten nach kann es sich zwar definitiv nicht um die besagte Energiequelle handeln, sollten Sie jedoch irgendwelche Hinweise finden, so lassen Sie mir diese unverzüglich über die Kommunikationsstation zukommen. Sollte ich weitere nützliche Informationen erhalten, bin ich auch durchaus gewählt, weitere Versorgungsgüter loszuschicken. Enttäuschen Sie mich nicht. Nur für mich nochmal, für die Leute, ganz einfach, wir müssen eine Stelle untersuchen und herausfinden, was da ist. Und die Koordinaten wurden uns mitgeteilt. Das haben Sie bei den anderen gerade im Video gesehen. Genau. Also bei mir zumindest, wie es bei den anderen beiden ist. Bei mir schon. Ich hoffe, ihr alle ein bisschen essen wenigstens mit. Ich hab'n Fick. Fünf Grotten. Ja, ich hab auch nur sechs Karate Kartoffeln. Und ich bin auf jeden Fall schlauer als beim letzten Mal, denn wir dürfen tatsächlich eine kleine Stelle zubauen, weil die anderen das auch gemacht haben. Ja. Also es ist nicht mehr so gefährlich wie am Anfang. Wie die Leute in Discord eskalieren, nur weil ich auf dem Server bin. Naja, es ist Buggles, also du musst halt öfter mal kommen. Mich haben so viele Leute angeschrieben. Ey, lass ne Folge auf mich. Ja, warum tust du's dann nicht? Also es ist halt ein Insider, für meine Leute ist ein Insider. Buggles verspricht immer und macht nicht. Seid ihr noch hinter mir? Ja. Ja, du rennst da los wie so ne Feder. Ich renn ganz normal. Hallo, wir müssen auch mal auf den alten Mann warten. Ja, eben, der kann nicht so lange, so schnell, so viel. So lange, der kann nicht so lange. Also lange schon. Warte, 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 warte. Ich kann doch hier abbauen, ne? Was kannst du abbauen? Lüße Baby-Katsch. Mossy Stone. Ja, kleinen Moment. Der älter Mann braucht Mossy Stone. Ja, warum denn? Alter Mann, du kannst auch sprinten. Wegen Auto Repair. Hallo, wegen Auto Repair. Alter Mann, du kannst auch sprinten. Aber soweit ich weiß, geht das mit Modify ja nicht mehr drauf. Doch. Nee, ich hab's ja noch auf Zufall. Mit einem besonderen Trick. Mit einem besonderen Trick. So, wir sind da, Leute. Wir sind da. So, ihr seid ja mit Fullspeed gelaufen und habt dadurch Essen verloren. Nö, ich hab ja nur gesprintet. Ich bin ja nicht gehüpft. Oh mein Gott. Was ist hier? So, folgendes. Hier. Deine Höhle. Und das, was wir machen dürfen, ist dieses Ding hier zubauen. Denn da kommen... Das dürfen wir. Denn da kommen Mops raus. Wer ist der beste im Jump'n'Run? Ich. War das ernst gemeint? Du stellst dich mal bitte da hinten auf die Druckplatte. Auf der Seite. Druckplatte? Da, in der vorne. Achso, durfte ich hier... Oh, Entschuldigung. Ja, ja, das darfst du, das darfst du, das darfst du. Letzte darf ich abbauen, ja? Äh, das weiß ich nicht. Ich hab'n's da. Ja, der spawned jetzt da oben, aber wir durften da einen Block hin setzen, deswegen kommst du nicht. Wo denn? Stehen bleibst. Bubbles. Ich hab'ne Frage. Ich hab'ne Frage. Verdammt. Wie ist das? Bist du tot? Nein, 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 nein. Man kriegt nur ein bisschen Vergeflogen. Auch unten im Wasser. So, der nächste, äh, der andere, Olli, du musst einmal versuchen rüber zu sprengen. Ich hab'ne Frage. Bubbles, bleib einfach stehen. Olli? Ich hab'ne Frage. Okay. So, und jetzt? Da hinten ist jetzt ne Druckplatte. Da musst du draufstehen. Wo ist da hin? Ah, hier. Ne. Doch, da müsste eine kleine Druckplatte sein. Da musst du draufstehen. Da, äh, ihr könnt jetzt von den Druckplatten runterkommen, Leute. Hier. Ja. So, und jetzt müssen wir alle drei anderen rüber. Felix! Kann ich gleich abbauen? Ernsthaft? Muss ich einfach springen? Nein, nichts abbauen. Ja, einfach überspringen. Das ist halt nur ein langer Sprung. Du ist. Ihr werdet nur ein bisschen vergiftet. Du sagst bei Bubbles, ob er das aussieht, weil er keine Rüstung hat. Leute, ich sag nur kurz. Ah, Bubbles! Wir sind wegen dir nochmal gefallen. Und Bubbles, du müsstest vielleicht zwischendurch mal kurz warten, bis du da hast. Gut, ruhig. Ich komme an die Rüber, ich kann doch nicht springen. Ich kann dir natürlich auch sagen, was ich an der anderen Seite ist, meine Liebe. Hallo. Nein! Du musst mit so einem Doppelsprung musst du das machen, sozusagen. Aber du kannst doch auch, du kannst auch hier auf die Seite, oh. Bubbles, ist das jetzt dein erstes, wie du runtergesprungen bist? Ich habe gedacht, du kannst auf die Seite springen. Das haben die, glaube ich, schon gedacht. Okay. Aber das ist kein Problem für mich. Gott, der stirbt gleich. Du musst halt mit so einem Anschwung sprungen, musst du das machen. Genau, so wie Bubbles halt. Bubbles stirbt gleich, ey. Nur eben zusehen, dass du ziemlich spät kommst. Du hast doch keine Rüstung. Du hast doch keine Rüstung. Ja, mit spät kommen weißt du ja, ne? Ähm. Ja, mit spät kommen. Go, go, go. Hallo. Ich weiß nicht, was da hinten gleich hinter der Tür ist, Olli. Ich muss erst mal regenerieren. Ich auch. Obwohl ich schaff das jetzt. Obwohl, nein. Der stirbt gleich wieder. Kann ich auch mal gucken, weil ich würd gern meinen Zuschauern was anderes sagen als nur so ein Stein? Das geht nicht! Warte, ich stell mich drauf, Olli. Dann kannst du dir mal... Geh. Dann kannst du jetzt mal den Leuten zugucken, wie wir das die da machen. Ach du Kalke, was... Bei dieser Tür werden wir gleich mal schauen, was ich da erwarte. Da sind ich und Pop dich hingekommen. Sonst geht's schon mal weiter, oder? Oder muss Olli da stehen bleiben? Einer muss drauf stehen bleiben, das ist es ja. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Achtung! Da, 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 da! Nein! Oh, wieder so knapp. Ach, Christina. Block können wir nicht setzen hier, ne? Aber so klappen, völlig schade, ey. Nein, dürfen wir nicht. Also wir dürfen keine Steine setzen, die ein Hindernis überwinden. Hallo! Hi! Die Steine überwinden das Hindernis ja nicht. Gut, dass du es eigentlich schon mal geschafft hast. Ja, ich hab gedacht, man kann hier auf die Seite springen. Ich hasse Jump'n'Runs, Leute. Tja, aber da musst du jetzt durch. Ich hab ja auch schon einen Jump'n'Run hier geschafft. Da ist ja Bock für den Sturm. Ja! Ja! Okay, so, Bubbles. So, Bubbles, du jetzt auch noch mal. Komm her. Du weißt ja, einer bleibt immer auf der Strecke, ne? Gut, Leute. Wir haben den vierten Mann, haben wir jetzt verloren. Lass uns weiter gehen zu dritt. Was? Noch lebt er, noch lebt er. Und komm, streng dich an. Komm, streng dich an. Du hast ne Möhre hier. Barb, Bills, Barb, Bills, Barb, Bills. Komm, wir locken ihn. Ich muss erstmal, ich muss erstmal, äh, wieder ein bisschen weggehen. Möhren. Weißt du, was ich jetzt lustig, Christina, weißt du, was ich jetzt lustig fände? Ne? Auf der anderen Seite, wo ja nicht ganz ausgeleuchtet ist, auf einem OP-Zombie spawned. Was? Oh, das ist ja pervers, ne? Das kann man nicht bringen. Ja, oh. Hä, Bills? Oh Mann. Du musst ganz kurz vor der Kante springen, hab ich eben gecheckt. Ich hab auch so zehn Spinnengewebs, glaub ich, abgebaut. Das ist nicht schlimm. Ja, hab ich vorhin auch gemacht. Weil diese Spinnengeweben, äh, Spinnweben kommen erst von den OP-Monstern, die da manchmal runtergefallen sind. Ach, warum bin ich denn nochmal... Ach, Mann. Ich weiß. Es tut mir leid. Und ich hab halt auch nur den einen Trick dazu gebaut, weil das andere ziemlich schon gemacht hat. Jetzt kneif die Arschbanken zusammen und komm mehr hier, Macker. Ey, weißt du? Es war so gut aus von meiner Seite. Ich fahr so mit dem Poppes, ey. Warte. Ich schwör's dir, wenn du nicht von diesem Giftzeug stirbst, dann stirbst du auch durch mich. Ich hab nur noch... Ich hab nur noch drei Herzen, warte. Oh Gott, Bills. Hast du genug zu essen? Das wär's jetzt, wenn du kein Essen mehr hast. Ist dann vorbei. Ja, dann können wir auch nichts mehr tun. Ne, oder? Ne, oder? Ich hab noch eine Möhre. Ich kann dir hier was runterwerfen, wenn das nicht... Komm, Bubbles. Deh. Ja, unten ins Giftwasser, genau. In die Akkentüde, Christina. Also ich muss das mit so einem Doppelsprung machen, oder? Ja, du musst ganz gut an der Kante. Ja, genau. Okay. Ich kann halt ziemlich spät abspringen. Bubbles, 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 Bubbles. Hast du jemals Try Jump gespielt? Oh, das war... Das war definitiv zu gut. Oder Jump World. Oh! Wie er einfach immer bremst. Also aus meiner Seite sieht das echt gut aus. Oh, Bubbles. Oh mein Gott. Dann stirbt wenigstens oben. Nein. Wenn du stirbst, dann stirbt wenigstens oben, dass wir deine Sachen einsammeln können. Nein. Doch. Oh, halbes Herz. Hat er da was zu essen? Oder willst du vorne warten auf uns? Wartet. Ja, nicht, dass du jetzt stirbst. Nein, nein, nein. Du kannst natürlich auch zurückbleiben und warten. Oh nein. Wir kommen wieder. Vielleicht. Wir befreien dich dann eventuell. Oh, wartet, wartet, wartet. Wir müssen kurz noch mal warten. Ich hab noch einen Versuch halt. Ach nee. Weißt du, aber alle lästern über den alten Mann, weißt du? Aber ich bin der Einzige, der es im First Try geschafft hat. Hol dir mal die Möhren doch. Oh ja. Nein, 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 nein. Dann stirbst du, Bubbles. Ja, richtig. Die holst du dir gleich, wenn du hochgehst. Die liegen genau an der Leiter. Ja, das Problem ist nur, er kommt da nicht mehr hoch. Doch. Jetzt. Wenn er da jetzt reinfällt, ist er hin. Oh nein. Ich bin abgerutscht. Schnell. Aber ich hab die Möhren bekommen. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wie er stirbt. Nein. Ne, durch die Möhren reckt er jetzt. Geil, so 20 Minuten Folge, wo du hier nur stehst und Bubbles zuguckst, wie er runterfällt. Läuft. Voll gut. Okay. String nicht an. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Geh mal ganz kurz runter. Warte mal. Geh mal ganz kurz runter von der Platte. So. Das ist der Grund, warum da immer einer auf der Platte stehen muss. Und da vorne mussten zwei stehen. Wieder drauf. Jetzt geht's ja wieder nach vorne. Ah. Okay. Jetzt bist du angehypt. Nein. Oh, das sah so gut aus. Oh, das sah richtig gut aus, oder? Nein. Also ich hab mich schon drüben gesehen. Vor allen Dingen... Das Traurige ist er war drüben. Er war drüben. Das ist das Traurige. Wenn das nicht so schlimm wäre, weißt du? Wir sind bei 15 Minuten. Ich weiß nicht genau, Linn. Ich lass gleich noch stehen. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich hab gedacht, man kann einfach hier drauf und dann da rüber. Ja, aber sieht man doch, dass das ein Steineweg ist. Hä, das sieht man gar nicht. Du siehst doch, dass das ein Vierersprung ist. Und wenn das zurückgeht, ist ein Fünfer-Sprung. Fünfer-Sprünge gibt's nicht in Minecraft. Ich hab gedacht, du kannst von hier links an die Seite. Das war... Er wollte schummeln, weil er nicht gesehen hat, dass die Steine da gebaut sind. Da ist doch hier ein Block davor. Oli, fall du nicht auch noch runter. Komm hin. Ich wollt mogeln. Ja, da siehst du mal, was mit Moglern passiert. Die sterben. Oh, die fallen runter. Ich rutsch die ganze Zeit ab. Babils, einmal hast du jetzt noch. Und ansonsten müssen wir leider aus Zeitgründen vorgehen. Was? Wir sind schon bei 14 Minuten, glaube ich. 15 Minuten. Okay. Wenn ich dann dieses Video da mit zwischen rein schneide, es ist heftig. Machen, komm. Eier nicht rummackern. Ich muss noch... Ansonsten wartest du da und dann kommen wir wieder und holen dich weg, wenn wir fertig sind. Ich hör aber Monster. Hilfe. Ach, ja, aber bei dir kann ich spawnen direkt bei dir. Keine Sorge. Okay, okay, wartet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Babils, komm. Los, komm. Ein Versuch noch. Wir müssen. Wir haben keine Zeit mehr jetzt. Es wird eng. Nein! Ja. Also Leute, wir müssen. Ja, sorry, Babils, aber wir müssen. Wir müssen dich zurücklassen. So Leute, ich geh vor, weil ich ne Rüstung anhab, okay? Sonst, Babils, geh du zur Base zurück. Kannst du dich ausbauen da hinten? Hier scheint aber an sich kein Monster zu sein. Können wir hier... Ist Brain in a Jar? Stopp! Hier ist ein Dropper hier oben! Was? Wo? Müssen wir das zubauen? Ne, da ist ein Buch drin. Da ist ein Buch drin. Da ist ein Buch drin. Dann nimm ein Buch raus, wenn dann noch eins drin ist. Ein Buch dazu rausnehmen. Okay, soll ich vorlesen? Ich lese vor. Ja, lese vor. Roleplay. Eintrag 142. Meine Forschungen schreiten voran. Bald werde ich die ersten Tests durchführen. Die beiden Abwehrmechanismen funktionieren jedenfalls bisher wie geplant. Das war's? Das war's. Eintrag 142. Meine Forschungen schreiten voran. Bald werde ich die ersten Tests durchführen. Die beiden Abwehrmechanismen funktionieren jedenfalls bereits wie geplant. Okay. Ihr könnt auch nochmal gucken. Dieser Knopf wird wahrscheinlich für den Dropper sein, oder? Wollen wir mal drücken? Welcher Knopf? Der hier oben ist. Ja, ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Soll ich mal drücken? Ja. Das wird für den Dropper sein. Ja. Aber Leute, mir fällt gerade was auf. Geht mal alle einen Schritt zurück, weil diese Spur verläuft bis nach vorne. Wenn ich jetzt auf die Druckplatte bin, passiert da noch was anderes? Weiß ich nicht. Weiter. Ist da noch was passiert? Geh nochmal runter. Runter? Nee. Geh nochmal drauf. Geh nochmal drauf. Nee, da ist nichts weiter. Nee, weil dann scheint in dem Raum nichts weiter zu sein und wir müssen durch den normalen Weg wieder zurück. Hier ist eine Blood Rune. Dürfen wir was abbauen? Nein. Das war's? Mehr ist hier nicht? Nur das Buch? Dann ist hier nur das Buch. Mehr ist hier nicht. Ja, was anderes ist hier nicht. In den Tischen oder so ist da auch nichts? Nee, aber das Buch müssen wir dem mitbringen. Ja, das müssen wir mitbringen. Das müssen wir in den Dropper wieder reinlegen. Von uns. Ja. Okay, Oli, dann komm zurück. Wir müssen jetzt nicht sterben auf dem Rückweg. Und das beeilen. Wir haben nur zwei Minuten. Ich hab ein paar Freunde hier. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Nichts, eigentlich nicht einfach so unsauglos rausbauen, Christina, ne? Das ist nix. Mobs. Die Mobs sind doch nur oben. Dann rennt. Die sind doch nur oben drin. Lauf, lauf. Nee, die sind die nicht. Spinne kommt. Ja komm, Oli, komm. Da ist eine weg. Ja, die nehm ich dann mit. Hallo, das war nur eine Spinne. Ja, hier ist ein OP-Zombie deswegen. Und das war jetzt die Aufgabe. Ja, das Buch holen. Das wir das Buch holen. Ja, das war doch voll einfach. Oh, ein Flieger. Hui. Ja, Bubbles, genau. Ja, aber das müssen wir jetzt zurückbringen. Und in den Dropper legen. In den Dropper? Dropper. Und wir sind scheinbar auch das letzte Team, die diese Aufgabe geschafft hat. Ja, weil da waren drei Bücher drin. Ja. Wir sind einfach so gut. Die Letzten werden die Ersten sein. Wir sind das Letzte, ja? Ach so, aber wir haben zu Rechten ein Compressed irgendwas. Äh, zur Linken. Wir müssen vor allem Oli beschützen, weil er das Buch. Ich hab das Buch. Dann sagt Christina. Du hast das Buch. Okay, dann nicht. Dann beschütze ich Oli nicht. Geht. Ich bin nicht wichtig. Hüpfi, hüpfi, hüpfi. Ne, aber Oli, ich würde mich an deiner Stelle ungern halt hier irgendwo um nirgendwo ausloggen. Ja, das kriegen wir schon hin. Das ist kein Thema. Dafür mache ich die nächste Folge kürzer und dann ist das wieder okay. Man kann ja leicht überziehen. Man soll halt nur nicht... Überziehen? Ne. Man soll halt nur nicht regelmäßig überziehen. Das ist der Hintergrund. Ich hab schon so viele Folgen kürzer gehabt. Bubbles hat eh einen kurzen, von daher passt das schon. Ja, stimmt. Ich glaub seine Folgen, da muss er jetzt mal eine längere rausholen, damit es jetzt wieder fair ist. Nein. Nun komm. Aber mehr als Bubbles immer wieder dazu zu bereden mit einer aufzunehmen kann man auch nicht. Hallo, aber dafür ist es immer ein Erlebnis. Ja, total. Ja, total. Vor allen Dingen stehen wir da 10 Minuten und ihr wartet auf uns. Dabei hättet ihr nur das Bubbles. Ja! Das ist voll krass, ne? Aber das kann man ja nicht wissen. Als ob das die Aufgabe war. Ja, wir müssen ihm ja Sachen liefern. So, Bubbles safe. Sind die nicht irgendwelche Secrets oder sowas? An sich schon, aber ich hab mich hier schon ein bisschen ungeguckt. Du kannst das ja auch nochmal privat machen. Äh, warte mal. Wo ist denn unser Portal überhaupt? Das rote. Hä? Wo ist das rote? Ja, halt beim Sporn. Wo ist überhaupt das Portal? Das ist ein blaues. Ja, genau. Du musst dann, ich glaub so schräg links dahin. Hast du es hier reingelegt? Ja, gut. Danke. So, die heutige Aufnahmezeit ist aufgebraucht. Demnach... Das steht bei mir gar nicht. ...haben wir uns alle versammelt. Äh... Du bleibst draußen. Warte, wir sind gleich stark. Nein. Alle da? Ah, jetzt steht's hier. Leute, gerade eben sag ich's noch. Alle da? Nein, Moment. Das ist aber sehr spät. Ohne Witz. Zack, da sind wir. Ich bin da. Hallo? Ich bin auch da. So, ich bin ausgelockt. Okay. Ich auch. So, bitte alle hier reinkommen, dass wir zumachen. Achso, okay. Oli, haben wir zumachen? Bubbles? Ja, der ist halt schon ausgelockt. Achso, dann mach ich hier jetzt zu. Genau. Einmal zu und raus. Dann geh ich jetzt auch. Zack, bam. Feierabend. So, wir haben die Aufgabe tatsächlich geschafft. Das war ja sehr spannend. Yay, geschafft! Ich weiß noch nicht, schneiden dürfen wir. Vielleicht hab ich da so eine kleine süße Timelapse reingebaut. Genau, wir dürfen dich verschnellern. Ja, Timelapse dürfen wir. Das dürfen wir machen, das ist richtig. Ja. Aber das machen wir gar nicht. Also ich lass es laufen. Ich schneide halt nur das Video von den Koordinaten vorher. Genau, das mache ich. Ich weiß es noch nicht. Das entscheidet gleich spontan. Demnach würde ich sagen, war es das mit der Folge. Sind natürlich unten alle verlinkt. Und dann sehen wir uns demnächst bei Wasteland. Reingetschüsst! Bis zum nächsten Mal.